Herzlich Willkommen, ihr liebes Exter, Sancho Ostner! Jetzt sehen wir die Klappfahrlinie. Sehen und Bein weg zwischen. Blick geht zum Boden. Schauen wir das mal. Die Ferse noch oben, die wir nicht draußen dran. Die Huber sind schöner dran. Ferse rausschieben. Zwei, drei, mein Tempo. Vier, mein Tempo. Fünf, sechs. Nicht durchhängen, sieben. Ein, wölf. Dreizehn. Vierzehn. Ganz oben. Fünfzehn und Beinwechsel. Ein, Stopp immer außen. Einmal links, rechts. Und da die Viersche heben. Und da gehen wir seitlich. Ja, genau. Nicht so schnell, Flade. Hochheben. Und nur einmal. Ja, genau. Ein Widersächter. Anna, du musst dich wieder ablehren. Wenn der Ball zurückkommt, wird er ab. Wenn er nicht zurückkommt, wird er am nächsten Land. Nein, gar nicht so schnell. Ja, ganz oben. Da, da, weiter. Schärfer, schärfer! Schärfer, Schärfer! Schärfer, da voll ist einmal! Schärfer, Schärfer, dein Pipier? Ja! Stopp! Stopp! Ja, aufpassen! Jetzt, 6. geht wieder! Komm! Auffang! Ah, mein Feiler! Ja, der letzte jetzt. Ja! 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 Ja, ich möchte sehr herzlich Klaus Schmidt bei der Austria begrüßen und ein kurzes Interview zum Trainingsauftakt mit dem Führen. Du bist ja jetzt seit einigen Tagen oder Wochen, kann man schon fast sagen, bei der Austria. Was sind so die ersten Eindrücke? Man kann sicher jetzt noch nichts über die Spiele endgültig sagen, aber was ist so über das Umfeld und einfach deine Eindrücke zu Austria bisher? Ja, erstens einmal bin ich sehr stolz, Austria Salzburg Trainer zu sein. Und das erste Training bestätigt eigentlich meine Erwartungen, die in diesen letzten zwei, drei Wochen, wo ich eben im Amt bin, erhofft habe. Und die Mannschaft arbeitet wunderbar mit. Das sind jetzt so die heutigen Eindrücke vom Training. Was mir sehr, sehr imponiert, ist die ganze Geschichte mit den Kaderplanungen, wie professionell das von den Seiten der Funktionären an die Kaderplanung herangegangen worden ist. Wie versucht worden ist, einen homogenen Kader wieder aufzustellen oder einen wettkampffähigen Kader aufzustellen. Und heute war der erste Eindruck auch von den Spielern, noch einmal gesagt, wirklich positiv. Und ich habe eine Riesenfreude, dass ich da bin. Kommen wir damit gleich zum Kader. Also es gibt ja vielleicht noch einen Neuzugang, wie man zumindest den Medien entnehmen hat können. Kannst du uns schon mehr darüber sagen oder ist das noch in der Schwebe? Ja, wir warten im Prinzip noch auf Details, dass die geklärt werden. Ich hoffe, dass der Spieler, der Ibrahim Bingel ist ja kein Geheimnis mehr, bald oder am Freitag zu uns stoßen wird. Und dass er uns da unterstützen wird und verstärken wird. Ich bin davon überzeugt, dass er sehr gut ins Mannschaftsgefühl gepassen wird. Der Kader ist jetzt sehr groß, habe ich heute den Eindruck gehabt, gewonnen beim ersten Training. Man sagt natürlich immer, ein großer Kader hat Vorteile, weil natürlich Ausfälle kompensiert werden können. Aber kann es nicht auch problematisch sein, wenn dann natürlich viele Spieler enttäuscht sind, wenn sie nicht spielen werden in Zukunft? Ja, jeder Spieler, der da unterschrieben hat oder der davon überzeugt war, Spieler von Austria Salzburg zu werden, ist sich eines gesunden Konkurrenzkampfs bewusst. Und das kann jedem Trainer nur recht sein, wenn er sagt, er hat auf jeder Position eine Doppelbesetzung. Und die Spieler sollen sich das da beim Training ausmachen. Und jeder Spieler weiß aber auch, dass er einmal vielleicht zurückstecken muss und einmal vielleicht die eine oder andere Runde warten muss, um auf Einsatzminuten zu kämpfen. Wie wird es mit dem Spielsystem ausschauen? Du wirst uns jetzt sicher nicht alle Details verraten können und wollen, aber wird es da größere Umstellungen geben? Du hast ja die Austria letztes Jahr einige Male beobachtet. Kann man das sagen, ob es Umstellungen geben wird vom Spielsystem her? Ich werde mich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen mit den Spielern, die da sind, intensiv am Training auseinandersetzen. Und ich bin der Meinung, dass man ein Spielsystem so formen muss, wie es optimal zu den Spielern passt. Und da werden wir jetzt einmal, so wie heute bereits, die ersten Eindrücke gemeinsam verarbeiten und dann schauen, was dann am Ende des Tages oder am 12. oder 13. Juli, wenn die erste FB Cuprunde ist. Dort ist einmal die erste wirkliche Entscheidung, was wir wert sind. Und bis dorthin werden wir schauen, dass wir etwas Gescheites zusammenbringen. Kommen wir noch zur Länge der Vorbereitung, die ja doch relativ kurz ist, weil du hast es gerade gesagt, es geht ja schon relativ bald wieder los. Wie schaut es da aus vom konditionellen Aufbau? Kann man ja wahrscheinlich nicht allzu viel machen. Die Spieler sind vielleicht noch ganz gut bei der Kondition von der Vorsaison. Aber wie schaut es ungefähr aus? Weil du wirst ja doch sicher taktisch auch einiges Neues machen. Ja, wie du schon sagst, das ist sicher schwierig, das jetzt da überall an goldenen Mittelweg zu finden, weil eine Optimallösung wird es im Sommer sowieso nicht geben. Die Meisterschaftssaisonen sind einfach so jetzt fast, dass das fast nur mehr ein Zyklus ist. Das heißt, dass es im Winter eine große Vorbereitung gibt. Und jetzt werden wir heute im Sommer versuchen, den Schwerpunkt auf intensive taktische Übungen zu legen, wo auch die Laufeinheiten bzw. die Intensität relativ hoch ist, um den konditionellen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Während aber auch hier und da einmal eine Laufeinheit einstrahlen, der für den Kopf sicher auch nicht schlecht ist. Wie schaut es aus mit der sprachlichen Anpassung? Ich habe jetzt beim Training einige Anweisungen, muss ich gestehen, nicht ganz richtig verstanden vielleicht. Und wie geht es dir vor allem mit dem Salzburger Dialekt, der vielleicht nicht so schwer zu verstehen ist wie der steirische Dialekt? Ja, ich glaube auch, dass der Präsident ein ausschlaggebender Punkt war, dass der Präsident den steirischen Dialekt nicht ganz abgeneigt ist. Und deswegen werde ich den auch beibehalten. Also ich hoffe, dass sich die Spieler auf mein Dialekt einstellen können. Und ich habe natürlich mit dem Salzburger Dialekt keine Probleme, weil der, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu verstehen ist als der meinige. Abschließende Frage, passend zur WM. Wer ist dein WM-Favorit? Bis vorige Woche habe ich zwar Südamerikaner als Favoriten gehabt, das war Brasilien und Argentinien. Mittlerweile glaube ich auch, dass die Europäer ein gewichtiges Wörtchen mitreden werden und hätte sogar vielleicht Frankreich als Geheimtipp auf der Rechnung. Aber das weiß ich nicht, ob ich mit da ein bisschen zweit aussehleine. Okay, danke Klaus Schmidt für das erste Interview bei der Austria oder zumindest für das erste längere Interview. Und wir hoffen alle auf eine erfolgreiche Saison. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir sind hier beim Trainingsauftakt noch immer bei der Austria. Bei mir steht der Niko Maier, der ja eigentlich der älteste Spieler, zumindest nach Dienstjahren bei der Austria ist, glaube ich zumindest. Niko, du wirst mir berichtigen, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, es ist die siebte Saison jetzt. Und kannst du vielleicht in all den Jahren jetzt Revue passieren lassen, wie ist der heutige Trainingsauftakt im Vergleich zu den letzten Jahren gelaufen? Gibt es da Unterschiede oder war es wie immer? Ich kann mich eigentlich nicht wirklich an die Trainingsauftakte erinnern. Ich weiß nur, dass es heute gleich ziemlich anstrengend war, finde ich, für das erste Training. War vielleicht wegen der zweiwöchigen Pause, wo ich nicht wirklich viel getan habe. Aber ich glaube, dass generell ein bisschen härter wird jetzt das Training mit unserem neuen Trainer. Ja, der neue Kader, wie wir schon festgestellt haben, ist ein sehr großer Mal von der Quantität her. Wie siehst du das, mit so einem großen Kader in die Saison zu gehen? Hat Vorteile, wie wir wissen, aber es kann natürlich vielleicht auch manchmal ein Nachteil sein, nämlich für die, die nicht spielen. Ja, richtig, wie du schon sagst, das hat Vorteile und Nachteile. Je nachdem, es kommen oft so viele Verletzungen dazu, dann ist es natürlich super, wenn du so einen großen Kader hast. Andererseits kann es passieren, dass du viele unzufriedene Spieler hast. Aber wir haben es bis jetzt eigentlich so gut wie immer zusammengebracht bei der Austria, dass fast jeder zufrieden ist und dass wir ein super Mannschaftsklima haben. Und das werden wir heute auch wieder schaffen. Wie schaut es eigentlich aus generell in der Mannschaft? Ist die Enttäuschung noch vorhanden über den verpassten Aufstieg in die erste Liga? Oder ist das schon vollkommen abgehakt und schaut schon jeder nach vorne wieder? Ja, ich kann da jetzt nur für mich reden oder für ein paar andere, mit denen ich auch geredet habe. Also es war schon für den Kopf sehr hart, aber ich persönlich habe es abgehakt und sehe halt jetzt die neue Chance mit dem Direktaufstieg heuer. Und die meisten, mit denen ich geredet habe, geht es gleich. Und ich bin guter Dinge, dass wir da jetzt alle wieder an einen Strang ziehen werden und versuchen, das heuer zu schaffen. Von den neuen Mitspielern, von den neuen Kaderspielern hast du da früher mit manchen zusammengespielt schon oder auch in der Jugendzeit vielleicht? Nein, von den neuen kenne ich keinen persönlich. Also wie der Niko Wawrosek, gegen den wir schon öfter gespielt haben, oder Hassanovic, der aber auch nicht gespielt hat. Kennt man es als Gegenspieler, aber als Mitspieler lerne ich es alle jetzt nicht kennen. Dann auch an dich die abschließende Frage, wer ist dein WM-Favorit? Costa Rica. Ich habe mich bis jetzt am meisten überzeugt. Okay, danke Niko. Alles Gute für die neue Saison. Danke. Ja, ich begrüße jetzt auch Andreas Bammer, den Neuzugang bei der Austria. Also seit wenigen Tagen oder man kann eigentlich sagen fast nur wenige Stunden bei der Austria. Wie war es in den ersten Stunden bei der Austria? Gibt es da irgendetwas Besonderes, was dir aufgefallen ist? Oder war es eigentlich wie bei jedem Verein das erste Training? Ja, ich bin jetzt seit wenigen Stunden bei der Austria jetzt ein bisschen was wir schauen. Ich habe relativ viele Wortmeldungen von Bekannten gekriegt und es haben sich relativ viele Leute für mich gefreut, dass ich jetzt wieder bei einem Vereinsspiel mit Fans und Tradition, wo sie gerne zuschauen kommen würde, meine Freunde. Also es war relativ positiv, ist das aufgenommen worden in meinem ganzen Bekanntenkreis der Wechsel. Ja, Trainingsauftakt war wie bei den meisten Trainings. Am Anfang blocken muss ich immer recht, da muss man mit dem Beuerst wieder per Du werden. Jetzt habe ich doch vier Wochen Pause auch gehabt, da muss man wieder reinkommen, aber da machen wir keine Sorgen. Du hast ja in den letzten Jahren, warst du praktisch immer Profi und hast natürlich dahingehend auch wie ein Profi trainiert. Das heißt, es ist wahrscheinlich täglich zweimal trainiert worden. Wie siehst du das jetzt, die Umstellung zu Austria? Weil ich nehme mal an, dass nicht zweimal pro Tag trainiert wird. Gibt es für dich vielleicht Probleme, weil du einfach mehr Training gewohnt bist oder wie siehst du das? Nein, glaube ich nicht wirklich. Es ist auch geplant, dass wir sogar teilweise zweimal am Tag trainieren, die die Wurstzeit haben, die Trainings sind und wegen dem trotzdem intensiv und man dann jeden Tag zweimal trainiert. Also das Umfeld ist sehr gut, die Bedingungen sind echt sehr, sehr gut. Das ist für eine Regionalligermannschaft echt top und ist auch mehrwürdig. Also ich glaube, da ist die Umstellung nicht so groß vom Profibetrieb, weil das Training auch sehr professionell gemacht wird und die Tensität auch dementsprechend sein wird. Ich nehme an, du hast ja Austria auch in den letzten ein, zwei Jahren verfolgt, vielleicht auch das ein oder andere Spiel gesehen. Kennst du oder hast du früher mit Spielern gespielt, die jetzt bei der Austria spielen oder vielleicht auch im Jugendbereich? Ja, es gibt ein paar, aber das ist nur von Anif, mit denen ich schon einmal zusammengespielt habe, wie ich das eine halbe Jahr bei Anif war. Da kenne ich ein paar, mit denen ich schon zusammengespielt habe, aber sonst eigentlich nicht. Aber ich bin immer wieder einmal am Austria-Platz gegangen und habe mir ein Spiel angeschaut, die letzten zwei Jahre, seitdem ich schon in Salzburg bin. Und du spielst ja höchstwahrscheinlich, nehme ich an, obwohl das werden wir dem Trainer nicht vorwegnehmen, aber nehme ich an, du spielst einen Stürmer. Das ist ja deine angestammte Position. Was sind da deine Erwartungen, auch was Tore betrifft? Natürlich, ein Stürmer möchte immer viele Tore schießen, aber gibt es realistische Ziele für die kommende Saison? Ja, ein realistisches Ziel für die kommende Saison, für mich persönlich, gibt es nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass der Aufstieg gemacht wird. Und ich mag meinen Beitrag dazu leisten, ob das mit Assists oder mit Tore ist oder einfach mit Kampfgeist. Es ist mir ganz egal, wichtig ist, dass wir aufsteigen und da stecke ich mir selber keine persönlichen Ziele. Auch hier meine abschließende Frage, passend zur WM, wer ist dein WM-Favorit? Deutschland, ich helfe zu Deutschland und bin auch überzeugt, dass die Deutschen gewinnen. Okay, dann danke Andreas Bammer, alles Gute bei der Austria und alles Gute für die kommende Saison. Danke.